Harry sagt guten Morgen heute am 30 juli 2020 es ist 9 uhr 13 minuten wir haben 26 grad wir haben keinen wind wir haben keine wolken wir haben auch keine wellen wir haben keine liegen wir haben keine schirme keine schirmständer und keine netze der strand ist sauber erst aufgeräumt sieht eigentlich richtig gut aus höchstwerte um die 30 grad nachts tiefstwerte 21 grad die luftfeuchtigkeit hat etwas abgenommen es könnte sein dass wir auch wieder ein bisschen kalima bekommen das heißt höhere temperaturen und die haben auch höhere wellen angesagt für die kommenden tage im moment ist es noch gar nichts so und mit diesen aufnahmen verabschiede mich dann auch wieder für heute und sage bis morgen hasta mañana